das heißt ganze weg jetzt umsonst dann lassen wir den zauberstab hier bringt uns gar nix und dann müssen wir da hinten dort als ja komm schüttel dich ab genau dann müssen wir da hinten ich glaube wir haben das wirklich schon komplett verpeilt mit dem zauberer dass wir die nicht mehr finden in dem bereich und so und nein jetzt komme ich hier nicht mehr hoch toll zu früh gesprung ja komm ein bisschen schneller genau schüttel dich wieder ab leite hat sich noch mal abschütteln ja das ist schon mittlerweile zu erwarten hier ja ich wollte schon sagen warum bleibe ich da jetzt hängen hier auch ein bisschen anlauf vielleicht ja diesmal hat es geklappt muss hier vielleicht den zauber wieder entnehmen und jetzt noch mal rein damit wasser hier verschwindet oder muss ich dahin okay wie ja genau oder wo komme ich jetzt weiter hier genau so warum hat das jetzt mit dem zauber nicht geklappt ist die blume verbraucht hier den müssen wir doch auffüllen so jetzt komm bitte okay dann kriegen wir halt nicht von dieser blume schnappen uns die blume dann ja die blume funktioniert okay ja komm hoch hat doch gerade funktioniert ja okay das geht aber richtig tief darunter ah und hier hier war der ah toll und mein zauberstab ist da hinten irgendwo jetzt müssen wir den schnell wiederholen wir haben den toten gefunden den zauberer wo haben wir den zauberstab hin getan der war genau der war da vorne aber jetzt haben wir ihn gefunden das war jetzt diesmal aber ein langer weg um den zu finden ja ich dachte ich wäre jetzt zu früh gesprungen so jetzt bisschen anlauf wieder und ja haben wir geschafft so wo war denn jetzt der zauberer wo hatten wir den gesehen gehabt naja hier noch nicht der war glaube ich hier irgendwo ne wir müssen hier noch mal hoch wahrscheinlich so nein komm nicht runterfall oder da ich gucke erst mal hier war der da ist er da haben wir ihn gefunden ich hoffe wir haben jetzt aber keinen anderen vergessen naja das war der richtige ok ah und hier brauchen wir jetzt noch einen jetzt ist die frage wie kommen wir wieder hoch so nicht muss ich von dem jetzt wegnehmen und da rein dafür ja ok das funktioniert und von da wahrscheinlich wieder wegnehmen ja und dann da einfügen ok ok das war knapp aber bisher scheint es so als würden wir gar keinen schaden nehmen können und jetzt kommt's arena kampf ok ok hier schauen wir uns mal um ich habe so gefühl hier ist irgendwo ein zauberer ok der will da lang dann ist das wahrscheinlich die richtung der wo wir auch hin müssen wo wir auch hin müssen aber ich habe so gefühl hier ist irgendwo noch ein zauberer oder ein zauberstab komm die blumen nehmen wir noch mit ok japan schlager die die rückwischen ihre die 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 Okay. Wo waren jetzt die Blume noch mal? Ja, nice. Und? Ja, geil. Perfekt. Okay, dahinten geht's jetzt auch weiter. Da sind wieder Blumen. Dann holen wir uns die Blumen von da oben. Äh, okay. Und jetzt. So, aufgeladen einmal. Jetzt ist die Frage, wohin als nächstes? Ich glaube, wir müssen da irgendwie hier einen Weg finden. Ja, stimmt. Nein, andere Richtung. Okay. Dann nochmal so. Und? Okay. Jetzt haben wir's geschafft. Okay, hier der nächste. Füllt ihr jetzt alles auf? Nee. Okay, der macht das. So, und die Blume schnappen wir uns noch. So, wo ist denn das, wo's hochspritzt? Hier. Ich hoffe, hier ist jetzt auch wieder ein Magier. Ich will den Zauberstab. Ich will den nächsten Skin freischalten. Da ist ein Zauberstab. Jede Wette der Magier ist da oben. Ich will jetzt aber den Zauberstab. Hallo. So, haben wir. Okay, das war jetzt. Äh. Okay, ich hab ne Theorie. Hab ich's mir gedacht. So, wo ist denn der Zauberer? Der, der reagiert schon. Das heißt, der Zauberer ist irgendwo. Ist er hier drinnen? Oder ist er hier? Okay, Zauberstab reagiert nicht mehr. Das heißt, er ist irgendwo da vorne. Oder da oben. Da liegt er. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Hier komme ich noch nicht so. Kann ich den einfach so hier ablegen? Hier kann ich den nicht ablegen. Weil's zu weit weg ist. Wie kommen wir jetzt an den Magier ran? Nein! Super. Okay. Hier komme ich jetzt auch nicht mehr da hin. Ja? Okay. Hat doch noch geklappt. Alles klar, Pascal. Dann bis später, ja? Aber jetzt? Wie komme ich zum... Mach... Ja, nicht runterfallen. Gibt's da drinnen vielleicht irgendwie... Einen magischen Stein? An dem ich irgendwas machen kann? Oder da vorne? Okay. Drinking wie gar nichts. Aber wie komme ich jetzt zum Magier? Wirklich. Jetzt häng ich da fest. Ich kann hier auch nicht so einfach drüber springen. Nein! Manchmal hasse ich mein Leben. Ich glaube, die Steuerung ist... ...nicht so ganz dafür ausgelegt. Ja, okay. Das ist auch super. Und nochmal so. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht ist es so, dass wir da... ...erst mal weiterkommen müssen. Und dann da irgendwie aufgeht oder so. Genau. Von hier kommen wir wieder rein. Bringt's hier... Was? Hier scheint es auch irgendwie nix zu... ...bringen. Da kommen wir wieder runter. Nein! Ich dachte schon, ich falle jetzt... Boah. Hat kurz jetzt Panik gehabt. Aber... Ne, jetzt ernsthaft. Wie kommen wir jetzt zu dem Magier da hinten? Hm? So. Okay. Bis hierhin haben wir es geschafft. Ah? Wartung. Legen wir vielleicht mal ab. Okay. Bringt gar nix. Muss ich vielleicht irgendwas anderes hier vorverschaffen? Machen? Tun? Okay. Okay. Hier wahrscheinlich hier. Hä? Okay. Wieder ein großer, böser Stein. Wir können auch nicht mal schneller laufen. Wir können auch nicht mal schneller laufen. Wahrscheinlich müssen wir das da vollständig aktivieren, damit wir das da kaputt machen können. Da sehe ich schon mal den nächsten Stein. Okay, hier müssen wir ein bisschen mehr denken, wie wir hier weiterkommen. Ich glaube, es ist nur auf den Bereich jetzt bezogen, da hinten. Und da kommen wir nicht hin. Okay. Wie sieht es hiermit aus? Und nein, das funktioniert wiederum nicht. Komm. Doch, es funktioniert. Aber weiter auch nicht. Okay. 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 Okay, den ersten Stein sehen wir zwar, aber ich habe jetzt keine Ahnung, was... Ah, da hinten vielleicht. Da hinten muss es sein. Gehe ich mal von aus. Irgendwas auf jeden Fall. Ah, ich habe eine Theorie. Ich habe eine Idee. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal kurz hier hin. So. Und... Und... Den noch mal. Ja, wir haben es geschafft. Aber... Wie kommen wir jetzt da ran? Okay. Das klappt. Das hat funktioniert. Und jetzt sind wir hier. Und da haben wir den anderen Stein. Nice. So, den füllen wir mal auf. Mal schauen, was jetzt passiert. Ah, okay. Aber... Auffüllen tut sich da jetzt nichts, oder? So, das einmal kurz ablegen. Magie aufsammeln. Und den wieder einsammeln. So, jetzt ist die Frage. Kommen wir von hier so da ran? Ja. Jetzt ganz Vorsicht. Und den machen wir jetzt auf. Okay, hier geht jetzt auf. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle. Das Ding müsste jetzt erstmal voll sein. Und... Jetzt frage ich mich, können wir jetzt zum Magier zurück? Ist der Magier jetzt geöffnet? Klingt so falsch. Aber ich hoffe es trotzdem, dass wir jetzt da hin können. Dass hier irgendwas aufgegangen ist. Scheint bisher jetzt noch nicht der Fall zu sein. Scheint bisher jetzt noch nicht der Fall zu sein. Aber wie kommen wir zu dem hin? Hat das vielleicht damit auch irgendwas zu tun? Wohl eher nicht. Hier gibt es noch blaue Blumen. Die nehmen wir mal mit. So, und den auch wieder mitnehmen. Okay, rennen können wir jetzt gerade gar nicht. Warum auch immer. Hä? Hä? Ich dachte, wir hätten die ganzen Zauber jetzt gemacht. Ich dachte, das müsste jetzt komplett blau sein. Okay. Mir passiert aber nichts. Gibt es hier vielleicht noch einen, den ich finden muss. Oder wie sieht es da hinten aus? Kann man da jetzt hin? Nee. Noch nicht. Also müssten wir hier vielleicht noch irgendwas finden. Okay. Der hechelt. Nein. Nochmal von vorn. Und jetzt. Steuerung ist noch nicht so ganz einfach. Ja, ja, ja. Komm. Oben bleiben. Oben bleiben. Nein. So. Und jetzt. Nein. Nicht. Alles klar. Okay. Aber wir sind jetzt hier oben und runter gefallen. Kann auch sein, dass vielleicht hier irgendwie was ist. Ich komme hier gerade echt nicht weiter. Ah, hier ist ein Weg. Ach so, wir sind jetzt komplett hier. Okay. Hier unten. Aber wer weiß, vielleicht ist hier sogar noch irgendwas. Irgendwas, das wir übersehen haben könnten. Keine Ahnung, wofür die Blumen hier sind. Oder ob die Fügen was sind. Ich bin jetzt hier oben. Was war, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt hier oben. Ich bin jetzt hier oben. Ich bin jetzt hier oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020